Primoz Ur-Supan. Nach Lage der Dinger hat er keine Chance, um von Matias Supan für die Weltmeisterschaft nominiert zu werden. Aber man kann ja nie wissen, die Zeit im Skispringen ist schnelllebig. Er kommt vom Continental Cup, taucht das erste Mal hier in Zakopane beim Weltcup auf. Aber Räume, so wie die jungen Österreicher, reißt er natürlich nicht aus. Ja, das sind schon noch große Fehler vorhanden, direkt beim Schanzentisch eben. Und für die Weltmeisterschaften in diesem Jahr auf jeden Fall wird es nicht reichen, in die Mannschaft zu kommen. Der nächste wird sein Jura Radel. Das sind seine Ski, die Slowenen fast durchgängig mit Elan Ski.